Perkussion Der Perkussion Der Perkussion Moin, das ist Jim Das ist Dora Und das ist der Chef Und wir präsentieren dir heute die spannende Welt der Perkussion Mit Perkussionsinstrumenten kann ich zum Beispiel Melodie spielen, dafür benutzen wir Axillophon oder Marimband, die Hölzerplacken oder Vibraphon, die nicht Metalleplacken. Die Instrumente harmonieren auch ganz schön, wenn man in Zezuma spielt, zum Beispiel so. Außerdem an einer Familie Pauken, kennengelernt von all Orchester. Musik Was drei spielen, ist besonders Spaß, wenn ihr begleitet könnt. Musik 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 Musik